So Leute, herzlich willkommen. Wir spielen jetzt hier so eine Winter Event Map von Need for Speed World. Kein Mensch kennt die. Und die ist total mit Driften, das hab ich gehört. Mal gespannt, was da jetzt draussen wird. Scheiße, Alter. Muss ich da rüber? Kriegt der Punkte oder was? Ach du Scheiße. Ich hab zu viel Griff. Was muss man hier überhaupt machen? Ist das ein Sprint? Das ist ein Sprint, okay. Ah, Sprint. Eine Handbremse wär voll fett jetzt. Oh, 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 oh. Hast du ja leert. Leert hast du, ich spiel mit dem Lenkrad. Ich bin genau wegen dem Schneetagel gegengeflogen. Boah, ich bin gegen die Wand gefahren. Ne, genau. Wo gehen wir es hier lang? Weil wir fahren rechts da lang? Auf der Straße. Rechts ist? Richtig rum, genau. Okay. Ja, Verkehrsmagnet, da, auf der Landschaft. Bringt auch so viel. Das seh ich ja nicht, wenn ihr drei Kilometer vor mir seid. Ich fahr übrigens hier so einen fetten Panzer, Alter. Und wir sind gegen die Wand gefahren. Der lässt sich mal so gar nicht fahren. Boah. Ich reiß dir den Wald ab, ey. Nicht nur du. Ey, meine, halt, jetzt haben wir ihn kaputt machen. Klar. Hauptsache Aufmerksamkeit. Und meine Frage ist, Eric, willst du mit so einer Geschwindigkeit die überhaupt ein bisschen sparen, ey? Das fährt man normalerweise gar nicht, das ist ein Wald. Das sind Fuchswege, die wir hier durchbrettern. Ach, hier von dieser Straße ist gut. Immer schon mit 300 Sachen. Und dann weiß ich, wo ihr seid, alles klar. Ey, der ist schon im Ziel? Ja. Lol. Was fährst du für ein Auto, Alter? Der lässt 2.000 GD out, ja. Nein! Nein! Der fährt erst gar nicht vorbei. Am Anfang haben wir hier trotzdem den Schnee. Ich nehm den mit, Alter. Hier, der fährt bitte ins Ziel. Ja, okay. Das war eine kurze Runde. Schade, ich hab verloren. Nein, da fehlt noch Dirk. Wir haben irgendwo gegen den Baum gefahren. Ja, hallo. Ich hab das langsamste Auto von euch allen. Gut, dann nehm ich ein anderes gleich. Okay. Wo ist meine Inventarliste? Gut, bis zum nächsten Mal, du.